Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Eliteagenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind ihre Kollegen. Wir sind ihre Nachbarn. Wir könnten auch ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind... The Division. Die Division. S. Ich bin Lucian. Ich bin Lucian. Ich bin Lucian. Naistin. Nogetisch. 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 und die Leute helfen, wenn die Leute helfen, wenn die Leute helfen, und wir können mit dem Charakter. Ich werde das hier in der Kirche. Ich werde das hier in der Kirche. Ich werde das hier in der Kirche. Da, ähm, Caracter, o sa lagem asta pe numar 4, 4, luam pe 1, ähm, culoarea parului o sa o lasam si buchelba string, e bine, sa mergem la par, asta cred ca im place cel mai mult. Da, si cu barba asta, o sa lasam asa, aici avem daca o sa tatuaje sau mai stiu eu ce, tai, tai, tăieturi de putite, aici o sa ne algem tot asa piezi singuri si mai stiu eu ce, a, okelari, ne algem pe stea. E bine, si, o sa accepem. Si asta o sa fim noi agenturi pe care o sa salvam aici, a New York, cu Manhattan, unde am luat-o cam toata razna. Intelligent System Analytic Computer active. Alle ISAX systeme sunt online. Gehen Sie für den Waffencheck an der Makjeten stelle in Dekum. Gehen Sie für den Waffencheck an der Makjeten stelle in Dekum. Grehen Sie für den Waffencheck an der Makjeten stelle in Dekum. Gehen Sie für den Waffencheck an der Makjeten stelle in Dekum. Hier bin ich ja schon. Jetzt haben wir noch die Pistole. Terminiert. Willkommen an Bordagent. Ich bin Louis Jack, Division Commander der Nord-Ost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safehouse für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Okay. Ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Lawyer eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Und wir treten hier in der Safehouse, wo wir uns anlegen. Betreten einen sicheren Bereich. Ja, nein, nein, nein. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele in unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Faye Law, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant. Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Hier haben wir die Missionen. Warnung! Verlassen des sicheren Bereichs! Scheiße, wir nehmen die Missionen. Eltern. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Bitte nicht, ich will es ja. Ich habe Familie. Ein Schmutz! Ich bin jetzt noch nicht ganz kurz. Ich bin der Bäre der Zeit, um es zu hören. Ich habe mich die Zeit nach dem! Ich habe sicher. Was er fragert? Ich habe gesagt, dass wir hier eine Möglichkeit haben. Das war es zu bekommen. Ich habe ihn überlegt, was ich. Hier sind uns die Sache. Ich habe mich mich ein. wir kommen uns vor, um ihn zu erhauen, um ihn zu erhauen, um ihn zu erhauen, um ihn zu erhauen. und das ist das? das ist das? das ist das? wir gehen in die Mitte wir gehen und dann geht es bei der zweiten und haben wir auch eine andere Missione, die sie aktiviert sind wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen wir schauen, wir schauen um sie zu verkaufen wir haben schmerz patienten die die medicamente brauchen versuchen sie die chiste zu bergen da cineva a furat aici a furat morfina si trebuie sa sa o laman inapoi probabil ca sa o in vanta desigur asa in premisul informatiile si mai desele pe din timpul sa ne ducem direct acolo sa vedem